Ja, die erste Kitestellungseinheit geht heute mit dem Trainerkite los. Das machen wir für Leute, die noch nie irgendwas mit dem Kiten zu tun gehabt haben, damit die erstmal einfach nur ein Gefühl kriegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Deswegen 10 bis 15 Minuten, bis man so ein Gefühl kriegt und dann geht man mit der Normalkeit ins Wasser.